Schleifung Kaffee Marco, da haben wir die Tür von den Ebenen schieben, die ist da vorne aufgeklatzt, zacken wir es und dann kriegst du dann das, ja, alles klar, alles machen wir, ja, zusammenschweißen, mit aufgehen und dort werden wir dann später sauber aufziehen, nix. Passt das bei dir? Jo. Jo. Jo.